Die Beethoven-Stadt ist immer ein Besuch wert. Und von hier aus wird seit Staatsgründung im Jahr 1949 auch die Politik für die neue Bundesrepublik Deutschland gemacht. Die Bonner tragen es zumeist mit rheinischer Gelassenheit. Am 23. Juni 1963 soll dort, wo sonst der Gemüsemarkt seinen Platz hat, der amerikanische Präsident John F. Kennedy sprechen. Wer noch nicht geflaggt hat, bekennt jetzt noch schnell Farbe und beeilt sich, einen guten Platz zu ergattern. Das Polizeimusikkorps probt zum letzten Mal einen amerikanischen Marsch. Die Kameraleute machen Probeaufnahmen. Alle sind gespannt. Als der Präsident gegen halb zwei Uhr mittags Bonner Stadtgebiet erreicht, stehen die Menschen sogar auf der Autobahn. Der Triumphzug führt durch das alte Tor zur Hofgartenwiese. Und um Viertel vor zwei erreicht der Konvoi den Marktplatz. Es heißt auf dem Platz, der normalerweise mit 25.000 Menschen prall gefüllt ist, jubeln an diesem Tag 45.000 Neugierige. Kennedy besucht ein geteiltes Land. Kurz zuvor standen sich an der Berliner Mauer amerikanische und sowjetische Panzerfeuerbereit gegenüber. In jenen Tagen gibt es hier am Rhein ein geflügeltes Wort, dass der Russe im Kriegsfall in drei Tagen da wäre. Ladies and gentlemen, I am grateful for your welcome. This city of Bonn is a capital of the free world. Because of the efforts of the Chancellor and all of the German people, it will continue to be a center of the free world. I salute you. Dann trägt sich der Gast in das goldene Buch der Stadt ein. Und als Geschenk erhält er eine Box mit Aufnahmen von Beethovens Symphonien. Neben ihm Konrad Adenauer, erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und nun? 87 Jahre alt. Er hat den Rheinländern und nicht zuletzt den Deutschen den Weg in ein friedlich geeintes Europa geebnet. Doch inzwischen fremdeln viele mit dem Sitten strengen Alten. Sein Vermächtnis aber bleibt. Er hat dem Geltung verschafft, was die Menschen hier schon immer wussten. Denn Rhein kann man nicht wirklich aufhalten. Das Rheinland war und ist die Wiege Europas. Matheshadä. Wenns ہues, können wir rauskommen. AlsITA in der Land trop πο ser intentions. Das Gericht hat er Platz. Vielen Dank.